Wir sind ein junges und dynamisches Unternehmen, das eine langjährige Erfahrung in Formen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau besitzt. Unser Hauptgeschäftsfeld liegt in der komplexen Metallbearbeitung. Die Werkstücke werden entsprechend der gewünschten Formgebung nach Zeichnung oder Muster angefertigt, bei Bedarf gehärtet oder eluxiert und einbaufertig angeliefert. In drängenden Fällen auch sehr kurzfristig und sogar an Wochenenden. Wir fertigen auf modernen Bearbeitungszentren montagefertige Präzisionsfräs- und Drehteile aus fast allen zerspanbaren Werkstoffen. Auf unserem Sechsachsen-CNC-Langdrehautomat können wir Ihnen auch Low-Cost-Drehteile in größeren Stückzahlen bzw. Massenproduktion anbieten. Ergänzt wird das Angebot durch die Fertigung, Montage und Prüfung kompletter Baugruppen oder Vorrichtungen. Weiters sind wir ein kompetenter Partner für unseren europaweiten Kundenkreis im Bereich Formen- und Werkzeugbau und bieten Ihnen auch gerne die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Problemwerkstücken oder Baugruppen an. Kunde und Lieferant haben ein gemeinsames Ziel, die Übereinstimmung von Preis, Qualität und Leistung. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.